Ach komm, Alter. Seine zwei Zuschauer... Auf wen schieße ich hier? Auf beide von uns. Aber du kannst dich nicht enthalten. Du machst den Aids-Mode. Selbst-Modakt. Okay, jetzt geht ihr alle auf mich hier, oder was? 100 Prits. Ey. Ja genau, 3D-Bumbe, Alter. Direkt zu hören. Erstmal in René, in Hundertstück reinpacken. René, hör auf, äh... Nee, hör auf, Fahrerflucht. Fahrerflucht zu begehen. Das hat alles keinen Zweck. Oh, nee, durchgege ich hier drunter. Noll, was zu denn? Ja, was zur Hölle? Was ist denn da? Ja, komm schön zurück. Komm schön zurück, ja. Wir ficken uns jetzt beide. Und deswegen ein bisschen Corona-Abstand, du weißt. Corona-Abstand. Corona! Oh! Oh, mein Gott, meinst du! Ey, wir hatten mich in den Graben reingefahren. Ich weiß nicht, ich saue nicht. Du selber. Nein, hab ich nicht, Alter. Du dreckst. Nein, nein. Wir sind hier direkt auf. Nein, wie tippst du nicht? Hoppa, ich komm besser als du. Alles klar. Ich schlange, alles klar. Betrug. Nee, nix. Betrug. Das Betrug. Das Betrug, oder? Weit ich nicht. Kein Betrug, der angezeigt werden wird. Das ist Betrug, Digga. Ja, hu hu hu. Okay, ich muss doch noch mal schnell raus tippen. Nein. Tschüss. Ja, nein. Ja. Oh, schade. Ja gut, dann sieht man halt jetzt mal die ganzen Programme, die ich hier auf dem Rechner hab. Alter. Ach, schade. Leute, pass auf, unten längst ist der Pornos-Ordner. Nein. Ich hab... Hab ich nicht. Aber auch egal. Trimax und MixTV hat's schon erwischt, keine Sorgen. Nein. Oh nein, wie geil. Oh mein Gott. Glatz ist ein Urgroßvater, Alter. Ey, ich kann überhaupt nicht da hin. Oh. Niklas, es gibt einen Spruch. Hm? Misch dich nicht in Angelegenheiten von anderen ein. Okay. Der sieht ganz genau, wo dein Schwanz zeigt. Wie dieses kleine Rohrschwund, da kann's nur einer sein. Junge, wie ich gar keinen treffe. Ich treff auch kaum hier jemanden. Weil ich so bekloppt hier sitze. Deswegen ist ich ja 50 Schaden gemacht. Tja, das heißt nicht. Du hast 1,40. Du hast 1,40. Was, wirklich? Ja. Ja. René hat 1,40. Ich hab 50. Du hast 64 gemacht, PK. Ja, aus den... Aus den... Aus den... Aus den... 2. Platz. So und Megandas. Tonne. Oh mein... Oh, schade. Trifft nicht. Okay, nee. Du... Ey, was ist denn das in meiner Fresse? Für die ganze Verletzung muss ich das jetzt machen. Oh. René. Das ist mein. Meins. Was? Wurfstern? Müssen wir ausprobieren. Was ist ein Wurfstern? Wurfstern, Digga. Wurfstern macht guten Damage, oder? Nein. Oh, scheiße. Hä? Hä? So ne miese Schlange. Achso. Den hab ich gerade ausgewählt. Ach, guter Damage. Ach. Von einem Profi ist ja noch nicht alles zu erwarten. Kapi. Du ein Profi. Ach, hochstern. Wer lacht denn da auf dem billigen Platz eigentlich mich aus? Ach, weiß nicht. Alter, wie weitest du noch rankommt? Junge, der hat so perfekt nochmal Ketten auf alles gelegt. Fahrt ist davon mit. Ey, oh. Schaut mal bei mir rüber. Das wird ein richtig starker Angriff. Habt ihr alle einen P� an sich? Das hat Kevin, Mann. Schaut ihr ran, wie das Ding jetzt fliegt. Oh Gott, oh nein. Oh nein. nein nein sieben damit das war nur sieben wenn ich habe mir das schlimmer vorgestellt macht doch alle schade hallo wo seid ihr hin nur einer ist eingeschlagen oder was willst du das erzählen verdient hier gibt es ein schuss der heißt schuss dann freue ich mich aber schaffst du eine wenn ich jetzt gut zielt dann schaffe ich das ding ist so wenn wir beide zusammen drauf gehen dann war es das für uns na und egal ich muss mit der kraft rausnehmen für den 4000 zähler jetzt ja ich muss auch mal gehen ja das problem ist ich habe bloß 18 leben mein letzter angriff mein letzter angriff ist eine op und du kennst du kennst das rené oder die schlange nur auf rené gegangen ist und da kommen noch die pinata dazu zum glück hat es mich nicht so richtig ja das wies die a gern tschüss ja das war ja gar nichts ja ich hätte es gut damit gemacht wenn es getroffen hätte ja vielleicht ja nicht klar wie er mich anschaut der will mit mir in den turpe gehen und dann das ist nicht so gut um zu sterben denn es ist so gut um zu sterben denn es ist auch aber umkrieg oder wenn es halt da schon wieder hat dann nichts gemacht in der zeit und holt sich jetzt den wund ehrenlos also blöd zum scheißen dass sie die junge da hat 12 hp da hat davor ja wie er ist beendet weil er nicht treffen kann denn es unverdient du tötest ich hier nicht mal aus eigener hand eigentlich muss mit rené zusammensterben aber hat nicht gebraucht er hat mal zusammenstehen müssen war ich auch du hast kein hiv ihr sterbt nicht beide doch das ding ist rené ist zuerst gestorben und ich hatte irgendwie so viel leben noch dazu aber ich weiß nicht wie ich habe keine ahnung ach komm da sehe ich über jemanden double damage ja lass mich alle in ruhe ich gehe nicht auf dich rené du bist ein bisschen nah er schreckt auch keine rein versprochen alter nicht mal zurückgerollt der master hier nicht anders zu erwarten er wollte es auch ich schau hier auf meine taste ich habe einen heiligen schein gehabt obwohl mir tut dafür die maus auch mehr leid als was anderes da zweimal dieselbe waffe so gut das ist nicht so nett aber dann fliegt sie wenigstens auf rené ja kurze fix jetzt hier wenn ich dich jetzt treffe dann kommst du nicht mal zur position das verspricht das verspricht ich dir auch verspricht du mir auch oh wie nett ich wollte dich treffen wenn ich gespürst endlich böse sein hallo niklas guter man das nennt man wie man niemanden verzeihen kann niklas der feind ist drüben drüben links ja da sehe ich noch einen dennis der unverdient immer gewünscht meinst du da aber noch was ja genau da ja da ist ein dennis der verdient immer unverdient den müssen wir mal raushauen ey digga ja digga guck mal ich habe nur richtig scheiß zu offen ich kann sie noch nicht mal beherrschen komm wie geht es dir aus nein ja ja ich nutze jetzt eine waffe die magst du sehr gerne ja glaube ich du auch das hat auch deine mutter gerne eingesetzt das nennt sie nämlich spalter wenn nützt sich aufmischfeuer dann ist das ehrenlos das nennt sich spalter ja ich habe ich habe keine waffe womit ich mich wehren kann wehren hat auch keinen zweck das hättst du sagen müssen ja treffen kannst du aber ohne pk ja digga wenn sich das ding spaltet ich hab's halt nicht so mit spalten alter gerade das stimmt die lebenserfahrung kommt noch ne bei denen heute doch jemand anderen weil man schade ich nicht wenn jemand die spalten durchsicht wird ja spalte doch jemand anderen also dich selbst ich habe mich ja ganz selber gefiltert und hab grad voll überlegen müssen wie ich mich da rausrede oh ja 80 damage 80 damage wie fühlst du da ja wir fühlen sich die dreh sich an von unten aber oh von unten was machst du wenn ich das rummere einfach kriegst du den dann wieder selber ab oder was oh schau mal das kriegst du ab ja alter ehe 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 könnte ich mal auf pk gehen ehe 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 oder erdbeben irgendwas geht auf vorsicht denis ich geh nicht auf dich denis ich geh nicht auf dich hallo leute erden verpitt euch mal doch könnt ihr irgendwie ihn verkraben feuerwerk feuerwerk oh oh so nah und doch zu blöd zum treffen schau es ja räum dich erst mal wegbewegen schwebe schwebe weis und nach mal halbe Stunde fern tschüss chen hee warum schießt ihr auf dich schießt du auf die harte Ja, weil sonst kann ich... Oh fuck! Sorry. Oh shit. Ich hab' bist so behindert. Ja, ich weiß. Das war nicht gut. Aber die macht ja gut Damage. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Do you remember? Nein! Ja! Junge. Ey, Junge, was ist denn jetzt ehrenlos? Ich hab' grad noch 300 HP gehabt. Ja, Pech. Boah, zwei mal Fische kamen auf ihn. Mhm. Du magst ja Fische. Du magst ja auch Fische. Ich hab' gehört, den Megapick hat er auch gerne. Oh shit. Voila, ehrenlos für uns jetzt HP. Ja, jetzt wacke ich hier auch noch. Jetzt kommt... Jetzt hab' ich... Alter, jetzt hab' ich so eine richtig Kackwaffe. Jetzt kommt der... Karma. Jetzt kommt der heftige Schuss nach René. Ja, bei dir auch gleich. Nimm es, du. Du bist der, der am unverdientesten gewinnt. Nimm es, du. Du bist der, der am unverdientesten gewinnt. Nimm es, Alter. Was dann? Boah, ich seh' ich davon nicht viel. Schau' mal, ich komm' hier nicht raus und muss damit leben. Komm, du wollen wir damit klar? Nicht auf mich schießen, ich hab' bloß Messer. Ich hab' bloß Messer, okay. Schieß' auf gar keinen. Ich hab' wieder so eine Kackwaffe. So eine Kackwaffe, brr. So eine Kackwaffe, also... Ich hoffe mal, ich treffe PK damit. Schaut's ja an, 20 HP und wie die auf mich gehen. Ich hab' noch mehr Schaden gemacht, Digga. Was redet du denn? Dich, Dich, Dich. Niklas. Du... Auf'n Grabstein soll... Huren PK stehen, der mich gekündigt hat. Erholen? Ja. Ja. Da seh' ich mich. Ich hab' schon wieder zu einem Takt. Ah, ich hab' mich selber getroffen, ehrenlos. Umso besser für uns. Ich hab' vor knapp... Oh, nice, jemand hat den benutzt. Hat jemand vor, jemand auf René zu gehen, der hat 123 HP? Nein. Ich hab' eher vor, dich jetzt zu killen. Ah, das packst du ja eh nicht. Ja, oder... Oder vielleicht auch, äh... Tut's mir dann leid, wenn's dann nett ist. Nein, das tut dir nicht leid, das willst du... Oh, doch, das tut mir leid. Nein, geh schon. Er hat unverdient gewonnen. Ich bin unverdient, Digga. Ich kann doch nicht mal richtig aims mit in... So... Ja, denkst du ich, ne? Denkst du ich, ne? Denkst du ich, Alter? Ich hab' drei Spielstunden. Drei Spielstunden. Ja? 133. Ja, ja. Oh. Oh, ich glaub' einmal und... Ja, wow, 10 HP, Alter. Das wird mir jetzt den Arsch schritten kapiert. Okay, Digga hat irgendeine Fortnite-Waffe. Fortify. Die Sache ist, dass es die Waffe, die ich gerade auch bekommen hab. Ja, Fortify ist Fortnite. Riesse Waffe, Alter, hab' ich gerade zum Start bekommen. Oh, schade. Entschuldigung, Dennis. Okay, macht nix. Oh, Leute, ich lebe immer noch. Ja. Oh, bitte. Wieso bin ich als Letzter? Ha! Nee, 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 nee. Ich bin... Ich hab' immer noch den meisten Damage gemacht. Schass, du ne? Schass, ich hab' einer Profi hier. Profi, Alter. Geil. Ich hab' mich gegen drei Leute durchsetzen können. Ja, aber das ist ja gewohnt. Ja, Digga. Wieviel Damage hast'n du gemacht? Sag' dir noch 200 Damage, Alter. Ich hab' das Doppelte, was du hast, Alter. Sogar mehr. Na und? Schau' mal, sogar wenn ich tot bin, geht der offen nicht, Alter. Ja, Alter, was bist du denn, ich? Aber es war halt leider den hier nimm. Ich wollte eigentlich die Glocke nimm. Hab' trotzdem gut gespielt. Lob unverdient, Alter. Ja, klar, Alter. Verdient hätt' es Dennis. Nein. Wo hat er das verdient? Vor allem nicht seit letzter Runde. Dankeschön. Oder Niklas. Ah, bei dir, Pickel. So wie du dich jetzt hier aufnimmst. Bei dir, der fast 500 Damage gemacht hat. Digga. Ich schalte dir eine Waffe nach dem anderen Fall. Ich hab' grad'n Dildo vorgeschaltet. Du hast'n Dildo vorgeschaltet? Du hast'n Dildo vorgeschaltet? Ja. Ach so, den Dolch oder Schwert. Ne, 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 ein Dildo. Meinst du so diesen scharfen Ding hier? Ne, ne, ne. Ich mein' diesen Bagger oder wie der heißt. Bagger? Also Bagger. Digga, warte mal. Wo sind die Waffen hier? Große Fix. Da sind's ja nicht. Warum ist Pickel jetzt raus? Ja, weil da die Waffen nicht sind. Ach so. Ja, doch. Da kannst du einfach so Waffen gehen. Wo? Oben auf deinen Panzer klicken. Einfach auf den Panzer klicken, ja genau. Da kannst du auch deinen Panzer verbessern. Jetzt bin ich in dein Game rein. Hä? Du kannst Einstellungen, Fortschritte, Panzer, Teile, Waffen, Items und so was anderes machen. Digga, ich hab' drei Al drin. Ich kann nicht raus. Das sind drei Algen. Hallo, ich bin raus. Wo ist denn Pickel jetzt denn? Ja, frage mich auch. Ich bin mal raus. Hallo. Da, Pickel. Da, verlassen. Hallo. Ich brauch' einen Inrage. Oh, hier stimmt, ich hab' ne neue Waffe. Haftbombe. Haftbuffet. Was hast du? Haftbombe? Haftbombe. Auf meinen Panzer. Ah, die Waffe. Ah. Ich will hier. Bei Panzer. Mega Träger. Digga, Pickel. Geh' mal auf Panzer, hat er da oben drauf. Das Menü da oben. Auf Panzer. Ja, da war ich schon. Hast du deine Sachen schon aufgerüstet? Auf was aufgerüstet? Also da sind... Quitten so alles. Hast du das schon gemacht? Achso, bei Panzer? Hm. Ja, ich hab' da Chesses. Ketten, Geschütz und Glück. Ja gut. Ich habe Ketten, Geschütz voll. 100. Ich hab' Chesses auf Stufe dritte beiden voll. Das blaue, zweiten beiden angefangen. Ah. Ja. Oh. Weil da hab' ich nichts checken. Warum bist du blau? Achso, weil wir so teammates sind. Oh. Nee. Jawohl, Team. Los. Gibt's Team Damage? Äh, ich weiß... Ja. Ich weiß nicht, ob's aktiviert, aber ob's aussieht. Ich muss gleich mal gucken. Eigentlich muss ich... Äh, ich kann nicht schießen. Ja, weil es Team... Team Schüsse sind. Ihr schießt jetzt. Schießen wir nicht. Was hast du gesagt? Gefahr, oder was? Was hab ich eigentlich gesagt? Achso, ich hab' nur eine Waffe. Okay. Hab' man nur eine Waffe? Ja. Oh. Gib mir XP. Ich geb mir XP. Ich geb mir XP. Ja, verschluckt. Ui. Schlucken muss gelernt sein. Tja. Ja, was denn Runterslocken? Natur-Sack. Bäh. Du bist cool. Merk' ich mir. Das kann ich nicht mehr merken. Ganz gut. Wer hat das gesagt? Was? Digger. Der kriegt jetzt was ins Gesicht, Alter. Also du. Nicht eben. Ne doch. Wer hat das jetzt gesagt? Was denn? Was denn? Aha, der Teammate. Okay. So. Da müssen wir abschießen. Erstmal dafür zu bannen hier. Erstmal bannst du, wenn da so... Oh. Ja, es gibt ihn. Okay. Okay, bann ihn. Bann ihn wegen der Teambischuss machen. Sprechen muss auch gelernt sein. Bann. Bann. Oh ja. Herr Newe, Förderung, Alter. Dafür gibt's nen Bann, Digga. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schau, der macht's auch. Ich weiß nicht, was du hast. Aber das Ding ist, er hat auf sich selbst gemacht. Und nicht auf seinen eigenen Team. Ja, würde er aber auch machen, Alter. Wenn sie so frech sind. Nö. Hey. Du bist der Frecheste von allen. Ich? Frech? Nein. Nee, PK. Ich auch. Ja, PK ist wirklich frech. Ich bin ich auch. Bist du sicher? War schön immer dieses scheiß Ding bei PK? Ja, das muss erstmal weg. War's weg. Ja, schau. Das Game sogar sagt, ich bin cool. Schau. Okay, dann mach... Okay, ich sag mal aus. Ich verrate mein eigenes Team dafür. Hier. Ihr beide. Kriegt jetzt Kame. Wenn du weiterhin auf meine Schnauze ziehst. Ey, du hast auch selbst bei mir das gemacht. Ey, ich hab da 25 Damage verpasst. Du verpasst mir 40. Ihr nimmt es! Nimm es! Ah, guck mal, 40. 66. Ha. Ey, dieses Shit dort oben ist... Du bist richtig scheiße jetzt gerade. Ne, ne. Na, jetzt muss ich wohl auf Dennis schießen. Und noch nicht mal treffen. Okay, dann geh ich mal weg. Na, weiter kannst du nicht. Das Game schützt mich vor eigenbeschotzen, Alter. Oha! Oha! Das Ding ist, dass man Monde, Niklas, okay? Ich kann nichts dafür. Das sind die Monde dafür. Okay? Ey, das ist die größte Schrottwaffe aller Zeiten. Ja, Monde ist wirklich scheiße. So. Bei irgendeinem kommt mein versprichter Zug jetzt an. Oh, okay. Oh, okay. Oh, doch nicht. Die Deutsche Bahn erreicht nie ihr Ziel. Das müsstest du langsam wissen. Stimmt. Pum, der wird schon näher. 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 Jetzt weißt du. Hi, PK. Wohin zieht Dennis? Ich finde das gut, dass du auf deinem Team mit schießt. Hm? Was? Komm! Zack! Reine! Feuer! Okay. Schau dir an, wie das eben mag, Alter. Ey, du hast uns irgendwas reingeschrieben. Ähm. Wie hast du geschrieben? Aha. Hallo, mein Freund. Hallooo. Oh nein. Das ist die falsche Richtung. Dennis, das ist die falsche Richtung. Achso. Oh, oh, oh. Dennis, ich hab mehr HP als du. Ich weiß. Was war das jetzt? Du siehst es gleich. Ging alles daneben. Ja, das war alles. Ach komm, Erdbeben, nochmal. Ach, natürlich. Wir lachen doch auf jetzt gleich, Alter. Ich pack euch schon alleine auf, wenn ich jetzt bald eine Lampage bekomme. Kruze fix. Ja, ich find's ja gut, dass sie sich bekriegen. Na komm, bisschen Support hier vom Publikum. Heide. Ja, so nenne ich Publikum. Das ist doch ein schönes Publikum. Was sagst du dazu, dass sogar deine Fans gegen dich sind? Ach, egal. Heißt du Baby's Beauty Palace oder was? Vielleicht. Schau mal, ich hab Double Damage. Hehehe. Du weißt, wenn ich das erstmal klaue. Das schaffst du nicht. Vielleicht schon. Magst du es? Magst du es? Ja komm. Was machen die? Zicken kriegen, Alter. Zicken kriegen in eigenen Linien. Ja. 90 HP. Und du stehst auf so'n Schwanz, der gerade durch deinen Arsch durch dich bohrt, Alter. Schau's dir an. Die Spitze. Oh Mann. Wer hat den da befreit? Dankeschön. Was wird das jetzt so? Ohhhh. Imagine, wir haben jetzt getrolled, drehen uns um und ficken Niklas komplett. Alter, das war so richtig Damage. Shit. Heilige Gott. Blau, Weißen. Ja, schau da. Ja, schau da. Ja, schau da. Das Ding ist sicher. Ich hab mir auch gehört. Mhm. Halleluja. 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 Die Ende immer noch so Team Charme macht, Alter. Das geht jetzt doch gar nicht. Ja, du machst mir nur das Leben später. Niklas? Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich dir vertrauen kann. Das ist das Problem hier. Du kannst mir immer vertrauen. Immer. Äh, äh. Das ist meine Antwort drauf. Niklas? Ja. Oh Mann! Das gibt's Rache. Ja, das Ding ist ja rechtlich noch nicht mal. Was ist René? Ey, ich geb dir sowas schon ne Rache. Äh, kann der Mann noch mitmachen? Überhaupt nicht. Äh, wenn er kommen kann, ja. Ja, das ist der größte Rache überhaupt hier. Fazna, Fazna. Schau da an, dein Arschluck hilft mir sogar da oben. Äh, ich muss nur bloß einladen. Okay. Hey Niklas, ich hab tödlicher Fall, wenn du das haben willst. Ja, ne, das ist Bestrug, Alter. Hey Niklas, ich hab tödlicher Fall, wenn du das haben willst. Ja, ich komm da nicht mit ran, also. Tadaa! Der Freude, Alter. Mit Double Damage, Alter, schaust dir an, er. Da ist der Typ noch es wagen kann, so viel Damage zu machen. Bei so viel Damage, wie ich bis jetzt erledigt hab. Ja. Mit meinem Ernst, schaut sich an. Wenn sie mir das erzählen! 7 HP! Wie Sau! Sogar die Nähe hat inzwischen mehr HP als ich. Ja, finde ich gut so. Oh. Oh. Ah, der trifft ne. Der trifft wohl. Scheiße. Du schaffst das schon, René. René, du schaffst das. Na, der Sniper geht in den Butch. Ja, warte noch ab, Alter. Du bist der nächste. O-Ne, du schaffst das. Der Sniper geht in den Butch. Suzanne P hands down. für was kann er zurückklauen wenn er perfekt treffen kann die fliegen soweit bestimmt jetzt war es mal besser du mit deinem kleinen fischchen wie lange sollten die runde noch gehen mathematiker schau mal aufgeholt ich dachte das wäre ein angriff gewesen du gehst mir auf die diskus nimmt das 100 schaden ich mache das rené ganz schön rené ganz schön rené ja das ist ja bloß rp der fliegt zu weit ist da was in deiner rute wenn er jetzt nicht trifft dann wird es knapp ne ich trifft auch nicht wobei oder mhm aaaaaaah aber guck mal das erste weg ist das ist so eine richtige scheißwaffe richtige scheißwaffe die 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 It's a gun of magic, it's a gun of magic Nix da. Doch. Was ist? Ach, ist er ruhig. It's a gun of magic. Ey, 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 ey. Doch! Ja, diese blöde Waffe! Der Viertausender, verrückt. Oh Gott. Hallo, aber dafür, dass ich drei, äh, Dings, dass René 305 HP hatte, bin ich gut vorangekommen. Ja. Gut gemacht. Ähm, GG, René. Was muss man sagen? GG, René. Weiter, äh, weiteren Plätzchen aufmachen. Hallo, warum sagst du nichts? Wie? Nichts sagen. Ich hab gesagt GG. Ja, GG. Ja, also, geht doch. Ja. Heulen hier rum, Anna. Doch. Nix da. Da ist er. Bin ich. Ah. Spielst du jetzt auf zwei Accounts gleichzeitig? Ne. Oh, das ist der gleiche Level bei mir. Das ist der gleiche Level. Ich bin jetzt alle auf dem random. Ne. PK müsste hingehen. Wo muss der hingehen? Ahhhh. Ich weiß schon, was du vorhast. Ahhhh. Okay, ich weiß schon, was du vorhast. Oder was? Hey, alle gegen alle. Alle gegen alle. Devmash. Devmash geht nicht, weil dafür brauchen wir einen mehr. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Allerf. Nie gut. Wohin schießt du eine Bombe? Oh, nein. Komm, geh auch auf PK. Ja, auf PK. Wie ist alle auf PK? 60 Schaden. Ja, PK. Wie hat das geschmeckt? Ich kann es verkraften. Ich habe genug Schül gehabt. Ah, ist okay. Aber was ich nicht verkraften kann, das ist, dass ich hier nicht wegkomme. Das drückt mich gerade sehr schwer. Das drückt mich gerade sehr schwer. Ich finde es gut, dass du dort nicht wegkommst. Krutze fix! Falsche Route! Oh. Quitt 100. Oh nein! Ja! Oh! Finde ich gut. Immer. Oh, ich habe noch eine Waffe. Ich stacke! Oh man! Das ist nicht nett. Hatten wir ein Erdbeben? Ja, ne. Leider. Leider habe ich einen. Ja, da kommt der ja richtig. Au. Sehr freundlich, danke. Okay, die gehen nach da hinten. Also muss ich ein bisschen mehr Kraft nehmen. Na ja, dann machen wir es so. Kannst du es überhaupt? Ja, ja klar. Hast du Kraft? Boah, Alter. Nimm meine Kaulquappen. Blöde Schlange macht Arbeitsweigerung, Alter. Ich habe eine Katze. Nice. Warte mal, die muss an dich gehen hier. Ist die gut? Das ja. Ja, PK. Das hier, was geht für dich hier? Alter, was ist das? Das ist so Möwe. Mutter Möwe. Okay. Ja, jetzt haben wir schon ein Dead by Daylight, Alter. Jetzt habe ich einen Tunnel bekommen. Ja, hat sich auch mal. Ja, Digga. Generell werde ich immer getunnelt, Alter. Anscheinend hast du es ja verdient, deine Dead by Daylight. Na, ich nicht. Also das war Multiplayer. Gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe ihn nur einmal getebackt. Das war schon zu viel. Ne, habe ich nicht. Oh, diese Waffe, Alter. Oh, wer hat die... Alter, René-Bombe. Oh, oh, Alter, der hat 200 Damage kassiert. Ihr habt ihn penetriert. Nö. Ihr doch nicht. Der arme René-Bombe, Alter. Ich dachte, ich habe einen Sniper. Und ich ziele auf René-Bombe. Krotz! Oh. Also mir gefällt es hier hinten nicht. Kann ich mir so noch denken. Also René-Bombe ist nicht tot. Ja, ist er auch. Auf wen geht er jetzt? Und PK hat 30 Schaden schon gemacht. Ja. Ja, schau dir an, wo ich lande, Alter. Ich weiß das. Ich kann niemanden treffen. Du wirst irgendwie dauerhaft irgendwo gefangen. Ich werde vom Spielgeschehen ausgeschlossen, Alter. Jetzt weinen nicht. Das ist das Einzige, für was ich gerade gut bin, ist zum tanken. Niklas? Ja? Was ist Helian Zoos? Äh, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Schieß auf René-Bombe, dann weißt du es. Schieß einfach auf René und dann weißt du es. Ich schieß das auch PK. Das Ding ist, ich habe eine Route dafür. Ach, die Waffe. Hä? Wie war vor? Ja, ich sehe deine Route. Ja? Hä? Hä, was macht ich? Oh, jetzt gibt's Leid. Oh mein Gott. Ah, das ist Yisabab. Easy! Sorry. Oh mein Gott. Warte mal, das muss ich jetzt hier ausnutzen. Das ist Yisabab, okay. Das muss ich ausnutzen? So. Eeeh, 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 eheheh. Heheheh. Fick hey! Oh ja. Oh, 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 oh. Oh, doch, Schluss. Oh, ich habe mich selber getrappt. Herr Schäff, du dir draus. Nee. Bitte nicht, ich will deine Hilfe nicht. Ich bin der Süderdauer. Ich will sag nee anstatt von nee. Ja, die Hilfe ist schon da. Nein, nein, nein. Ich regel das dann beim Flüchtling. Er riecht. Werd, hat er doch geholfen. Oh, die René-Bombe ist tot. Was, guck ich? Scheiße. Scheh, 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 scheh. So, jetzt kann ich doch ganz nach hinten gehen. Ich habe so ein bisschen get könnt auf den storytellten Bomben. Warum? Oh, der Arme. er war immer meiner route sondern da muss ich ein bisschen tunnel da kann man denn der pfeil aber ein bisschen ja viel gehen kann weil er zu weit weg ist okay okay was ist das jetzt wie oft willst du die waffe noch bekommen eigentlich das war meine waffe ist mal so pk was denn ich glaube ich glaube er ich würde mich jetzt selber wenn ich mache wo kommt das ja es kommt zurück dankeschön okay ich habe jetzt schon angst hat er mit ihr art beben also dann ist ich komme ein stück zu dir und du kommst jetzt mal das den anderen weg zu mir hoffentlich treffe ich dich dadurch noch schade auf mich gehen halt das ist ja ja gut wie ich noch einfach das abholt schon wieder nicht mal 100 dämmen da bin ich auch tot als denn es so viel damit schon im toten den informat oh shit da wurde alle blatt gemacht ja gut gespielt vor levelaufstieg hat der rené bombe eigentlich auch noch so diskutiert ja mussten wir fragen mein panzer leuchtet ok für grids muss man glück oder waffendamage upgraden weiß ich nicht lass mal um die zahndi das spiel erst mal die ketten wieder aufrüsten jetzt kann ich auch weiter fahren ich habe auch meine ketten aufgerüstet dragon zah das war nicht gewollt weißt du was ich mache ich werde pk abschießen erläutbar also erst mal das hier an dieses dreimal hüpfen ich guck mal ach komm warum treffe ich jedes mal rennebom das tut mir wirklich leid jetzt gerade einfach wenn das jetzt wieder rennebom trifft ne dann einfach nur scheiße also wisst ihr jetzt beruhigt euch alle mal hier hallo da will man einfach mal niklas abschießen und dann trifft man jedes mal rennebom deswegen jetzt ich hab leider mond 88 hp ihr habt alle noch 3 bis 400 hp und dann komme ich daher weil ihr blöden alle nur auf mich geht ich schaust dir an lol ja lol ok wieder zurück zu pk ja würd ich auch sagen so wieviel macht eigentlich so ein sniper schuss 100 schaden entweder 100 oder 7 ich würde mich töten alter um es mal so zu sagen 100 oder 87 eins von beiden ja schade er tut sich selbst töten ja wie geh schon mehr der ist tot ist los alter pk hat nur 4 pk hat nur 4 pk hat nur 4 pk hat nur 4 warum pk warum wirst du dich jetzt selber killen ich mag sein Leben nicht mehr he 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 auch das brach weh man leute ist nur live mit dem us block alter live aus dem blıro Ich muss nur noch auf die Leiter von Piguet gehen, NEIN! NEIN! Okay, das wolltest du in Leben weniger nehmen. Dennis, ich geh nicht auf dich. Auf mich? Hier auf René, Bomb. Ah, okay. Deswegen jetzt, ich hab leider Bumerang, ich kann jetzt... Ah, ja, okay. Nimm meine Kräugrappen! Oh Gott! Oh! 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 René, Bombe, komm mal her, ich hab ne schöne Geschenk für dich! Ich würd'n hingehen. Ah, komm. Ah, läuft wahr! Wow. Ja, getroffen hast du auch nicht. Die schieben hier! Was? Die schieben hier irgendwas. Fuck, was hab ich gemacht? Scheiße. Nein! Nein! Bläh! Bläh! Corona! Nur am Stil! Was ist denn los jetzt mit Piguet? Warum redet der nicht mehr? Ey, ich bin noch da, Alter! Er schreibt doch! Blöde Sau! Warum? Schau's dir an, wie er da hinten mit voller Pinochkopf! Sonst ein Schild, Alter! Schau's dir an, wie er! Schieß den mal mehr ab, Alter! Na, dann zu blöd zum Treffen, aber wenn so mich geht, trifft er alles, Alter! Was? 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 Ja, das ist lustig, Alter! Lachen oder was? Das ist lustig, Alter! Ich lache doch! Was machst du denn? Extra, extra die Nachtdruck machen auf Level 80 hoch, damit ich gar nicht einen Atombom bedrücken kann, Alter! Dauert lange! Ja, Nachtdruck machen, so ein Ding ist das! Hilft ne! Oh! 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 Schmerzen! Ach, Mann! Nein! Hä? Ja! Krieg 50 Amor! Hart! Kriegst du nicht, Mann! Ja! Verdient! Das Spiel ist gegen dich! Ich mach das Amor! Ich mach das Amor! Ich mach das Amor! Ich mach das Amor! Aber hast du nicht bekommen? Doch, hab ich! Nein, hast du nicht! Alter doch, ich hab das nicht! Au! Ja, also, ihr könnt doch auf René gehen, Alter! Sei ruhig! Meine Güte, Alter! Ey, dieses Schwarze noch einfach nur! Das behindert uns nicht so richtig, also... Erst beim Mond, da hab ich gehört! What?! Der Hotter ist weg! Ah, egal! Schon im Winter keine 100 Damage gemacht, in der Runde sehe ich gerade, Alter! Alter! Alter, wie ist denn das Hotter? Hä? Wie ist der Hells gestorben? Flummi! Flummi! Durch'n Flummi? Ja, durch'n Flummi! Oder wie OP ist der Flummi? Nicht so wirklich, als... Wenn er... Wenn er trifft, macht er ne Menge Schaden, aber wenn er es... Aber das Ding ist, da brauchst du dafür Lack. Dafür brauchst du sehr viel Lack. Dafür brauchst du sehr viel Lack. Ja, das sind Zünderhähnchen... Alles! Ja, ich freue ihn! Hat mich mit dem Flummi noch getroffen. Au! 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 O! Au! 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 Alter, PK! ...NO! ...NO! Wenn du's nicht verstehen oder sowas, oder? Na doch! Dünnzif! 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 Was ist Dünnzif? Was ist Dünnzif? Digger, ihr gehört zur dunklen Seite der Arschlöcher. Normalerweise habt ihr da Dünnzif, Alter. Was ist Dünnzif, Digger? Alja, stimmt. Keiner von euch kennt Star Wars, Alter. Ich kenn Sif, aber Dünnzif geht's nicht. Ja, dein Dünnzif halt. René? Ja? Geht in die Bombe kurz weg, oder was macht ihr? Weiß ich nicht. Musst ihn tragen mal. Ja, der hat ja die gekonnt. Gumm. Nicht bis Sif, ne? ье DIN ... Okay. Lass... also dreimal das war eine glock das ist jetzt noch kommt dass er mich jetzt noch umbringt warum schießt ihr immer auf meinen körper das tut mir leid ich bin bereits schon tot was ist das für eine waffe jetzt keine pau ach komm einer geh weg von mir diese beide bei allen kleinen balken 32 31 hat ein leben mehr oder was das ding ist ja mit das hatte ein leben mehr ok ja 32 aber jetzt du hattest von hp plus schild und du bist jetzt zu dumm um zu gewinnen oder was sagt der richtige ja bei mir sind 5 leute draufgegangen bei dir ist niemand drauf und jetzt stehst du da mit 1 hp und dann mit 7 hp auf das blieb das ist ungewöhnlich kein bitch oh shit oh mein god jetzt sterbe ich oh ja alt ja moin ist ja nie übertrieben eins ok ich hatte kein full shit Boah, die wurden aber anstrengend. Die wurde immer anstrengend. Alter, du, deine scheiß Verschwörung. Der ist schon weg. Der ist schon weg. Ist er jetzt weg oder kommt er nicht wieder? Ich habe keinen Plan. Nee, er ist weg hier. Er musste zu einer Gruppe gehen, hat er gesagt. Ich hätte so ein Exempel-Statoyen. Was stand da nochmal bei ihm? VK, komm zu mir ins Team. Ich bin Team 1. Nach der Runde bin, nach der Runde, hat er gesagt. Jetzt komm. Ja, du musst Team 2, Junge, Team 2. Du musst Team 1. Ja, wenn da Niklas schon schneller war. Ja, wenn ich drauf rück und da nichts passiert. Ja, sorry. Was ist denn das für ein Heiligen? Oh nein, das ist dieser Mordos. Ist das Futschmordos? Oh, Dennis, guck dir mal die Map an. Wir sind am Arsch. Ja, ich seh's. Ja, was ist jetzt? Wir sitzen gut. Ja, nee. Was ist das? Wir müssen, glaube ich, Tore schießen. Ja, ins Rote. Einfach ein Ball. Einfach, wenn du... Du musst ein Ball, also ein Schuss... Du musst einfach ein Eigentor machen. Du musst einfach ein Ball schießen, ja. Also, den Ball zu mir rüberbringen. Ja. Das wird schwer, du, wie die... Oh, es sieht's. Hä? Ja, das ist wirklich auch. Schade. Loll. Achso, den Ball. Daran hab ich überhaupt nie gedacht, an den Ball. Ah, Dennis, das war's. Du knickst mich weg hier. Easy. Easy. Siehste. Okay. So... Digga, der Ball sieht... Eigentor! Der Drug, das war drin, halt. Ja, Moin, Digga. Wie war der nicht drin, Alter? Schiri! Du bist der Drug. Du bist der Torwart drin, ich hoffe, dich zu verbessern. Ja, ich spielte bloß ein Stück vor, Benni. Darfst du nicht. Ach, hör auf. Eintor, Eintor, Eintor! Nächster. Na, OOO! Ja! Bring ich zur Anfecay. Ja, Moin! Eintor, Digga! Oh, fuck. Guck mal, die kriegen's selber noch nicht mehr hin. Oh, die steht mir bei, ja, zu Gesicht. Tja, die brauchen halt... Digga, ich wollte ja einfach nur einen Vorsprung gehen. Achso. Ja. Boah! Siehste, Alter, Profi. Oh, der liegt scheiße, der jetzt. Ja. Ja, für die. Meinst du? Ja. Oh ja. Oh ja. Das hab ich betrug. Nee, guck mal, da kommt die da. Oh nein, das war das. Ja. Dennis, das war ein Topedus, die kam von unten nochmal. Oh nein. Das war knapp, Dennis. Dennis, wir hätten uns was geschafft. Ja, ich weiß. Oh, Niklas, weißt du, was ich eigentlich für ein Ding habe? Also, weißt du, was ich für eine Waffe hatte? Also, nicht so was Gutes. Also, ich hatte eine Zuckung. Ja, ich hatte Topedus. Oh, doch. Okay. Ich muss ja bei der Gegenrecherin hier schießen. Oh, Piker, immer Kopfball. Oh, Gott. Ich mach Kopfball, Alter. Jetzt komm da rein. Jetzt liegt ihr wieder weg am Egnar. Mach ein Tor. Mach ein Tor. Piker, mach ein Tor. Dann gewinnst du. Wow. Hä? Das macht keinen Sinn. Oh nein, das gibt's, oder? Oh, Gott. Oh. 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 Wir haben einen richtigen Weltkrieg-Bunker. Digga, ihr habt so ein richtiges Portal, wenn er rausfliegt. Oh, scheiße. Ich kriege auf all die Map zurück. Oh, okay. Oh. Oh. Der wird weggedrückt. Ey, das ist ein Sonnenpferd. Der wird von eurer Seite weggedrückt. Schaust du, ja? Da ist auch eine Wand da oben drinnen. Ey, Digga, wir haben hier nicht, Alter. Wir haben ein Tor da hinten drinnen. Der wird so drinnen. Okay, wir haben auch einen Weltkrieg-2-Bunker, okay? Oh, shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der geht da unten wieder hinten rein, in die Mitte. Oh, okay. Oh, Digga, wir hatten da das Loch gegraben. Ja. Das war mein Torpedos vom letzten Mal noch. Ach so, das war dein Torpedos, okay. Oh, okay. Das ist nicht so wichtig. Das ist das Zweifelder. Nein, nein, das ist das. Jetzt geht es auf der Spitze. Ich hab die Sterne. Oh, Weltkrieg-2-Bunker. Oh, le, le, le. Er ist doch wieder ein Bunker. Digga, er ist in die perfekte Position. Oh. Da, da. Jetzt ist er wieder da unten. Oh, Mann. Er hat ihn fest. Ich glaube, wir werden das gewinnen, oder? Dennis, wir werden einfach das ganze Zeit spielen. Oh, Gott, Alter. Wir können das irgendwie gewinnen. Wir müssen uns irgendwie ein Tatsik machen. Loll. Oh. Ja. Nein. Alter, schau aus, Alter. Das ist das, was wir irgendwie gewinnen. Schießt, ein Eigentor. Nein, wieso? Warte, 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 warte. Gut, wir gewinnen von hinten. Oh, Gott. Schau aus, wie es weggedrückt wird, Alter. Es ist unmöglich bei dem Tatsik. Ja. Nichts versuchen, nichts versuchen. Einfach, einfach nicht den Ball. Das Ding ist, wenn das so in so Richtung ist, müssen wir das wegschießen. Ja, wir sind eh nicht dran. Die sind jetzt dran. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wenn der Ball bei uns ist hier. Nicht schießen, okay? Oh. Jawohl. Dennis, kommt mal so noch ein Tor zu machen, irgendwie. Oh, ich kann eh nicht zu machen, ich habe Schneeball. Ich verlang eine Revanche. Ja, auf einem besseren Mapfleisch. Warum hat Niklas zwei Tore bekommen? Ja, dass Dennis und ich Tore haben. Wir haben alle ein Eigentor gemacht. Ja, aber warum kriegst du die dann? Ja, warum kriegst du die Tore? Weil wir in dein Team sind. Boah, jetzt kommt Schrotflinte, Alter. Oh, das ist krass. Sehr krass, Alter. Er geht gleich wieder in unser Tor. Oh, der geht schon wieder in... Oh, der geht schon wieder in... Oh, der geht schon wieder in... Noobs! Ja! Wir sind gut, PK. Gutes Team. Ich bin jetzt eine Eigentor nicht geschossen. Komm, Ball! Ich vertrau dir! Ich vertraute Ball nicht. Du kommst, du kommst, du kommst. Du bist ein Arschloch. Haben wir das? Scheiß, Ball, Alter. Oh, der gewonnen. Mach dir nochmal den Spielmodus. Ich mache aber mehr Runden, dann. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Das lassen wir uns auf nicht. So, der Map zieht ihn unten her. 20 Züge. Komm schon, nimm mir vielleicht einen geraderen Map. Ich weiß, das war eine gute Map. Ciao, perfekt! Oh mein Gott! Guck mal, wie geil ich stehe! Herr Niklas, machen wir wieder einen Weltkrieg 2-Bunker? Nee, perfekt, Alter! Die Sache! Wir machen mal einen Weltkrieg 2-Bunker. Ich habe Disco-Kugel. Niklas, wir machen mal einen Weltkrieg 2-Bunker. Okay? Frili, du bunkerst dich ein? Das war ein scheiß Bunker. Ein? Warte mal! Oh, geiler Bunker! Oh, richtig geiler Bunker! Oh, das ist nicht das nicht das nicht. Ich habe Disco. Nice. Okay, ich produkte wunderbar. Du Idiot! Nene, 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 nene. Nix da. Oh, shit. Ah, das ist der Bunker schon. Ah, das ist der Bunker. Das ist ein guter Bunker. Ja, hier verbring mir nichts. Du musst alleine eine Bunker machen. Ich habe leider Schuss. Und, wo geht das? Ah, okay. René, ist weg. Wo bin ich? Jungs, wo bin ich? Hinter dem Ball? René, ich tue dir in Position ficken. Dann haben wir einen Vorteil. Okay. Du holst dir den Ball, okay? Ja. Wohin geht der Ball? Auf dich drauf, Alter. Oh, guck mal. Dennis, mach du kaputt. Ich kann mir machen. Jetzt geht es richtig ab. Oh, schade. Von wegen, es geht hier ab. Ja, der Ball war leider voll mit geschossen. Wir müssen hier mit dem Berg der wegkriegen, Alter. Okay, Nene. Diesmal fick ich die Position wirklich. Okay. Ja, guter Schlange. Oh. Ein Tor? Ja. Wo kommen wir her, Alter? Junge, wo schleudert das denn mal die ganze Zeit hin? Ja, wenigstens woanders. Jetzt kriegen sie den Ball wenigstens nicht so schlimm, so gut. Nicht mehr hoch, ne? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist auch nicht mehr hoch, ne? Guck mal. Das ist egal. Kannst du den wegschließen, den Ball? Ja. Okay, Niklas kann sich nicht mehr bewegen. Oder, wobei, er hat Glück hatte. Ich bin wieder auf der selbsten Stelle. Oh, ja. Ja. Wir spielen hier. Wir spielen hier auf der selbsten Stelle. PK, wir gewinnen das hier. Ja. Wir sind zu gut für die, Alter. Ich schau es dir an, wie gut wir sind, Alter. Ich hab gehört, Tor 2. Oh, nee, doch, nee. Hey, wenn du... Digger, wer benutzt hier die Macht, Alter? Der hat den voll nach rechts gezogen. Ich bin Jedi. Ich bin der Torwart, also, glaub ich, die Macht. Klar. Du bist Ziff, Alter. Nö, ich Jedi, weißt du. Ich bin Yoda. Yoda. Ja, Digga, von der Hältigkeit hier wird's zutreff. Nein. Nein. Nee. Ja, Junge, du, ich bin ein guter Stitt. Alter. Jetzt. Wenn wir Glück haben, wird er jetzt untreffbar. Den werden sie niemals kriegen. Ja, der werden sie niemals bekommen. Wir machen Bunker. Wir machen Bunker hier. Schließ dir ab, dass wir mal eine neue Route haben. Dann können die nicht mehr gewinnen. Nee. Okay. Du schließt dir ab. Wir geben denen alle neue Route. Hier. Schöne Route hier. Ja, ihr trefft doch eh nicht. Schaut. Ich weiß. Sie wissen das. Wenn ihr trefft, dann fliegt der weg zu euren Tor. Das ist der Plan. Ich weiß. Oh, shit. Ja. Treffen muss gelandet sein. Tödlicher Schuss ist leider nicht so geil. Das Ding ist Bumerang ist auch scheiße. Finger rein. Nee, das ist so geil. Der Ball liegt so gut. Neue Route. Dieser Berg hinter uns ist auch so übel geil. Oh, oh, oh. Ja. Aus Latte nennt man das. Boah, jetzt geht's ab. Okay, wir haben wenigstens eine Route wieder ändern können. Erst mal den Berg hier weg machen. Oh, jetzt. Jetzt machen sie den Berg. Ja, geil. Er hat den Berg weg gemacht, Alter. Aber einen großen, großen, großen Teil davon. Ey, wir haben den Tor gemacht. Ja, wir haben den Tor gemacht. Aber hier, guck mal. Ein ganz, ganz großen Teil von dem Berg ist weg. Na und? Erf break oder was? Das wird nischt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bitte flieg. Flieg woanders hin. Ey, wie unfair. So, dann ist weg in the game. Digga, noch ein Tor. Noch ein Tor. Jawohl. Oh nein. Oh nein. Oh nein. was ist gerade passiert wie geil der ball geflogen ist wie wir instant kamer bekommen haben aber dann auch wiederum doch nicht alter und weg sind weg wir haben dafür die waffe bringt fast gar nichts wie geil der ball geflogen ist und dann wie unerwartet vor allem ja oh mein gott werden belohnt ja wir sind immer mit einem punkt von zwei drei 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 die haben drei drei die haben drei wir haben zwei also ja scheiße irgendwie frage ich mich so wieder bei noch nicht geplatzt ist heide 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 betrug das wird nichts jungs der gegner kannte sind geflogen werden immer noch zentrum gewonnen das ist betrug hört auf meine wörter zu kopieren ich habe die auch nur kopiert aber ihr kopiert von mir das ist die doppelte kopie das nennt man das ist bescheuert auf kopie von einer rauf kopie jungen wo schießt du denn bei schon wieder in die richtige richtung halte eine position dieselbe ja das habt ihr scheiße gemacht das hat er sehr gut gemacht jetzt geht es doch nicht so gut jetzt geht es doch nicht so gut jetzt geht es doch wieder mit der stelle jungen was ist das für eine fette kann es machen digga was ist das für eine scheiße easy oh und betrug betrug nein ja 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 oh nein skill skill nein die meisten Tore passieren aber eigentlich nur noch Eigentore ne denn wir haben einen großen Bunker bei uns ne wir haben auch einen größeren Bunker und bei unserem Bunker ist der Ball ja wir haben den Führer Bunker auf unserer Seite also ja pass auf der Ball fliegt jetzt sonst zu wohin ja er fliegt immer Digga der scheiß Bunker der Bunker ist gut der Bunker ist gut deutsche Qualität alter geht nicht kaputt deutsche Qualität ne da kommt auch nichts raus das ist richtige chinesische Qualität Digga das ist so betrug das ist sicherlich allein allein wie er geflogen ist hätte das nicht passieren dürfen ach komm alter wo liegt denn der jetzt schon wieder wo ist der denn zwei Runden noch alter komm Eigentor Eigentor von wegen Eigentor falsche Richtung fürs Eigentor richtige Richtung NEGLEZ das Spiel ist so scheiße diese Fußballspiel ist so scheiße meierlich OHHHHH NEIN 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 Wär schön wenn die Granate die Explosion noch wieder rüber geschossen hätte Ich hab ne richtig kack Waffe Wir haben einen geholt Nur Profis können einen holen Ich hab so eine richtig kack Waffe Das geht ein Eigentor Das ist mal lustig Wirds jetzt ein Eigentor wär Ne wirds aber nicht Wobei Eine Kante höher Und dann wärs ein Eigentor Was hab ich jetzt Oh nein Nein, ja Komm, richtige Richtung Yes Nein Nein, doch Oh nein Jetzt müssen wir den Reihen senken Wenn sie es nicht schaffen, haben sie verloren Niklas hat ne Muschi Waffe Okay Eigentor Ole, ole Niklas weiß, was ich für ne Waffe habe Weltsbrocken Oh Oh ja, hi Yes Ich, ey, Digga Warum sind das so diese kack Waffen da Wir wollen, schießt, geht's ab Ja Jetzt, Alter Oh je, darf ja nochmal Jetzt werd ich Noch ein Hoshi-Set Schaut's euch an Ne Doch Ich glaube, Alter Was ist das für ein großer Bunker in der Mitte, Alter Ja, wie Ich, halt, da fand ich auch Die beiden Fronten haben sich Haben beide angefangen zu graben Und sind zusammen an der Samstelle rausgekommen Ich, halt, so eine Scheiße Gut, gern Ich hasse dieses Modus Also, dieses Fußballmodus ist so scheiße Ey, imagine aber Oh, ich hab den Gang Im Krieg fangen zwei Leute, äh, zwei Feinde an zu graben Und auf einmal finden die Bauarbeiter, kommt im Tunnel das andere raus, Alter Am meisten hätten noch Fußballspiele im Weltkrieg Haben die mal gemacht Hä, wirklich? Wir haben Großbritannien und Deutschland, ähm, Weihnachten Haben die Waffen niedergelegt, Fußball gespielt Jungs, ich hab, äh, Yin und Yang bekommen Dennis, ich mach das Dennis, der würde jetzt eben wohin fliegen Viel Spaß Ja, ja, das ist eine Pferdemap, das finde ich nicht cool Ich hab Torpedos Ja, Dennis, muss ich jetzt Krieger, hieß das? Nee, das ist eine Pferdemap, das finde ich nicht cool Oh, komm, komm Ja, das ist Pferderbetrug Legend Richtige Legend Der wird wahrscheinlich ein Eigentor geben, weil jetzt bounce der ab Ja Im Match, wenn das jetzt, oh Das war Latte Das war 100% Latte Das kannst du nicht erzählen Das wird nix Mit Latten kenn ich mich aus, Sonny ist das Ah, ja Ja, persönliche Selbsterfahrung Oh, jetzt Oh, Gott Selbsterfahrung, glatte Nicht, oh Digga Nur weil du noch nicht mal deine Pubertät warst, oder? Ja, die Kusche Digga, ich bin schon über mein Pubertät hier Ja, dann musst du noch die Eigenfolge Oh, komm Oh, komm Ja, nein Oh, guck mal, da zum Bunker wieder Schon wieder zum Bunker Nein Ja Nix da, das wird nix Er hat den Ball abgeblämpft Schiri Hast du's gesehen? Ja Der Trug Ja, aber das ist der Latte, oder was? Deniz, fahrt er den Ball, Deniz, fahrt er den Ball Ja, wenn ich das noch Ne, klar, ich hab Sniper Okay, ich mach's, Dennis Dennis, weiter rechts zielen Dennis, ich mach, Dennis, ich mach schon Okay, okay Jetzt geht's ab Der Ball, wie geht's nirgendwo hin? Ah, scheiße, fast nicht Super, hast du's gemacht Ja Oh, nein Ja, richtig, Foto Sniper So, ich Der Ball spawrend im Bunker Ja Danke für den einen Punkt Ist die Mitte Komm, auf in den Bunker Komm, nochmal Betrug Schiri, Betrug Nix da mit Betrug Das, das Oh Betrug Oh Digga, wer kriegt denn hier die Grenze, hat nen Dauerogasmus, das ist ja echt nicht mehr Gesamt Junge, das ist irgendwie so richtig dämlich, aber auch richtig satisfying, so wenn das immer Aha Nicht hier Nix da, aha Aha Immer aha Immer aha Jungs, jetzt kommt Schrotflinte, Alter Du Kann ich nen T-Mail wechseln? Hallo Dennis, du machst das, okay? Ich hab doch getroffen Ja, wow Die andere Frage ist eher, warum ging der Oh, trifft man Nimm dein Beispiel, Adin PK, denk dran, wir sind das beste Team aller Zeiten Warum sind das Warum legen wir dann zurück? Ja, wir legen, achso, ja, um einen Punkt Es sind doch noch 14 Runden, was willst du? 20 Die 14 Runden noch insgesamt Okay, äh Du verlierst doch auch nicht freiwillig ne Schlacht im Krieg, Digga, nur weil du sagst, es gibt noch ne Schlacht Ne, das stimmt Schlacht Also Ey, wenn, wenn der Zun, dann Betrug Ne, ich überlasse es dir Ja Enttäuschen sie mich nicht, Soldat Doch Enttäuschen Ich habe es selbst Wie kann man Ich habe nicht hier gesehen Wie kann man Den Von so einer Position In die andere Richtung schießen Digga Wir sind das beste Team Ja Ich versuch's Oh, ein hoher Betrug, Alter Oh, nein Ja Er macht es voll Er sagt, er macht es Ich wusste nicht, dass es direkt in diese Richtung schießt, aber okay Digga Was soll ich zu meinem Partner sagen, Alter Also der hat es unmöglich gemacht Ich hatte vor uns, ne, die, ne Ja, wo schießt du schon wieder hin, Alter Ja, erstmal ne Bunker Komm, Digga, die Position Das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben, dass der Ball so liegt Ne, aber ich gehe jetzt Ich mach mal so weiter Ich mach wieder so einen richtig großen Bunker, okay Ne, ne Wenn du es jetzt schaffst Komm schon, Bunker Wenn du es jetzt schaffst, dass der Ball ins Tor bei uns fliegt Großer Bunker Dann zweifle ich mal an deiner Existenz Ne, dann zweifle ich einfach an dem Spiel Ja, was willst du, guck mal Ja Kann doch was, Alter Ja, ich kann was, siehste Ja, schau's an Wenn du in der Position von Niklas wärst, dann hätte ich ja verstehen können, dass ein Eigentor endet Aber genau auf der Torsätze Das ist genauso, wenn ein Torwart den Ball werfen will zum Spieler Es verkackt und Sensor reinwirft Ach komm, ach komm, Alter So hättest du es machen sollen Nur, dass er da reingegangen wäre Weil wir zu gut sind fürs Spiel, weißt? Ja, wir sind immer zu gut Ich, Digga, ich kann da jetzt nichts machen in der Position Ich hab nur ne Banane Das stimmt Ich hab nur das Kaulquappen Einfach so richtig faul spielen hier, PK Hier, warte Faul spielen Ach komm, Alter Also wirklich, wie kannst du Kaulquappen Dann ist, ich kann nichts machen, du musst machen Ich hab nur dreimal Ich hab SmartSnipe und kann ich dagegen machen Aber ich hab auch so dreimal Alter Oh nein Oh nein Oh, ich hab die Palme Jetzt geht's ab Ja, das machst du aber jetzt Oder auch ne Alter Was ist mit dir falsch? Wie hast du dich selber abrissen können? Aua 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 Acht Runden haben wir noch Wenn's so weitergeht, brauchen wir noch Sonst wird wieder Runden Schau mal, die erledigen das besser als du Ja komm mit Kümmer dich um diesen Drecksball Ja, dann kümmere ich mich drum Ich zeig dir jetzt, wie das geht Komm Ja, wir tun was zu eigen, Tor, Alter Ja, so kann man sich nicht So kann man sich nicht Oh nein, Niklas Was? Beschwore dich nicht über mich Beschwore dich mal selber über dich Du hast den Ball sonst wo hingeschossen Du bist das voran Dann ist das auch ein geiler Schuss Oh, das war wirklich ein geiler Schuss, Niklas Ich bin stolz auf dich Ich bin stolz auf dich Ey, solche Schleimer Ich bin so stolz auf dich hier Du bist so stolz, dass du jetzt für uns das Tor machst, Alter Ja, das Ding ist, ich will jetzt nicht so viel zu weit machen Hä, wo ist der Ball? Der Flumi Ja, ich wollte es dir nicht sagen Ja, ne, Bunker, vor der Wind Hier, PK, da kriegst du den Ball Ich kann mich nicht bewegen Ja, PK, ich kann nix machen Ja, ich zeig dir jetzt Der geht jetzt rein Alter Aber es wird das falsche Tor Ich glaube, du würdest sagen müssen, welches Tor Jetzt mal Wer ist die Seenlöfe gerade auf, Alter? Oh, wir haben die Seenlöfe geknickt Boah, ich muss auch echt ein Biss aufschneiden, Alter Oh, Niklas Niklas, klippt das Klippt das Wer war die Seenlöfe gerade? Bei dir lag der Ball so Und du hast es geschafft, daraus ein Eigentor zu machen Niklas, bitte sag, dass du das auf Cam hast Nein Bei dir ist es nix anderes Niklas, sag bitte, dass du das auf Cam hast Nein Achso, ich muss Ach, komm, Alter Bunker vor der Wind wieder Bunker vor der Wind Oh, komm, jetzt kommt PK mit deinem Schuss Guck mal, wo ist PK? Liga, da hängt ein Tor raus, Alter Hängt ein Tor raus, Alter Oh, ein Eigentor? Oh, scheiß Bunker Digger, vier Runden, noch drei Tore Also wenn wir jetzt keine zwei Tore in der Runde schießen Und dann sieht es schlecht aus Ja, ich musste so hart lachen Bei PK, als du das richtig vermasselt hast Wir machen das schon für euch Was sagst du, dass ich es vermasselt habe? Du schießt dein eigenes Tor Ja, komm, hör, hab ich gewusst, dass die im Mondo sowas machen, dass sie auch in euer Tor landen können Heute sind das Geburtstag, heute ist ein Geburtstag geschenk, eigentlich so Ihr seid jetzt nicht besser dran Na, warum seid ihr? Oh ja Betrug Achso Das ist ein Betrug Kein Betrug Kein Betrug Ja, komm, wo schießt du den jetzt schon wieder hin? Ins gegnerische Tor Das hast du heute nicht einmal hinbekommen Dennis, den holst du raus Ich hab's ein paar Mal hinbekommen Guck mal Was willst du von mir? Ich hab zwei Tore mehr als du Keine eigene Tore Ja Also wer macht dir die Tore? Ich? Nee Vielleicht Vielleicht Oh Oh Nice, rauskulte Shit So, komm Zack Raus da mit dem Bein Zwei Runden noch und vier Tore Na Nein Na Ja Na, Piken, was hast du jetzt dazu? Wenn ich weiterläufe jetzt, dann haben wir gewonnen Also Ah, das wird nicht so viel sein Schau mal, jetzt machen wir ein Eigentor und dann treffen wir Die machen kein Eigentor Kein Eigentor Kein Eigentor Oh, das ist kein Eigentor Äh, Piken, du musst schießen, du musst schießen, Piken Ich hab bloß Bumma drin Ruhig Ich sag mal so Schau dir an, Alter, so trifft man Digga, dein Bumma ran Was wüsst du? Was nimmst du mir meinen Schuss weg? Ich hab mir deinen Schuss weggenommen Niklas? Ja Okay Okay Komm, vier Tore, Alter Letzte Runde Jetzt zeigen wir denen, was zu können Wir nehmen irgendwas, was tausendmal einschlägt Ich hab's noch abgeblockt, okay Komm, Bunker, ja, Bunker Ja, Bunker Was ist das? Ey, das hat gar kein Charakter Schau Zack 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 Oh, Leute Oh, Schade Oh, Mann Digga, Digga, Digga Aber das war so lustig, wie Piken einfach ein Eigentor gemacht hat Das war lustig Vor allem, wie wir alle gelacht haben, Alter Ich will Teammate wechseln, Alter Ich bin nicht mehr deines Einverstandes Komm, wir machen auf Wendem Auf Wendem, wir müssen Teammaten Niklas, ich konnte nicht mal atmen, weißt du Ich auch nicht mehr Digga Wer hat aber gerade wie ne Robbo oder so gelacht, Alter Ich Ich, Alter Ja, was ist bei dir los? So, bin jetzt Level 79 Ich hab das Eigenzug gemacht Und du, ich mach das Ziel Guck mal, wie ich das mach Du gibst doch richtig an Indem du so ein Tor schießt Auf uns Und dann zum Beispiel ein Eigentor Wie viele Eigen Ich meine, was hat René vorher gemacht? Ich hab wirklich nicht hingesehen Der Ball stand drei Meter vor ihm Wie konnte der Ball Oh Ich hab's gewusst, Alter Ey, Piken, wir rucken das jetzt wirklich Digga Oh mein Eine faire Mech haben wir jetzt wieder Mal wohl, bei euch Ich hab gemusst, dass das Schicksal uns nicht will Ja Ja, gut so Hast du super gemacht Danke Ich hab den nach rechts befördert, Alter Und schau's dir an Dein Ying Yang hat den weggemacht Nee, hat er nicht Oh scheiße Bei Ying Yang hat gar nichts gemacht Ja, siehste Aber Eigentor wenigstens Wir haben ein Tor bekommen Ja, das war mein Tor Ich hab Monde Geile Monde, Alter Ja, komm, roll runter Geile Monde Geile Monde, Alter Ich hab Monde, Alter Ich hab Monde Was zur Hölle Oh Gott, was mach ich da Genau solchen blödsinn wie ich Ja, ich weiß Das klingt, ich bin noch niemals so gut im Fußball gewesen Weißt du Aber wenigstens hab ich den Tor angerechnet bekommen Ja Digga, unverdient Was heißt dir unverdient Schau, so geht das nicht Ach komm, Alter Der war ein Tor Eigentor schon wieder Och, Piqué Oh nee Die Möwen fliegen wieder Ich kann die Möwen schon lachen hören Jetzt wurde es so dumm Ah, da kann jemand ein Best-of-der-rausschneiden Aus unseren zwei Streams Nee, Best-of-Sheld-Shok-Live-Fußball, Alter Aus, aus, äh, streamen von Ne? Und, äh, streamen von mir Ach komm, Alter Also, Piqué, was machst du? Boah, ey Das siehst du doch Der ist auch falsche Tor Der Ehrenlose schickt mich in den Graben, Alter Oh, guck mal, wo das ist Hey, Piqué, jetzt ist das ein guter Ein gutes Ding, um ein Eigentor zu machen Wenn das jetzt ein Eigentor wird Äh, freiss ich auf diesen Digga, René, jetzt zeig mal, was du kannst Ich hab gerade genug bewiesen, wie mein Skill ist Ich war ein Eigentor, hast du einfach so gemacht Digga, ich will so gerne sehen Du schaust dir an, wie ich jetzt ein Tor mache Verpisst dich doch mal, Alter Das sauber war der Moment hier nicht Schau dir Niklas an Er zielt sogar schon auf seinen Tor Und dann fliegt er auf unser Tor zu Schaust dir an Digga Bei Niklas, was ist das? Und bei uns Ja, du machst einfach zwei Hey, Piqué, wir waren Eigentore Ja, komm, wir haben da doch die dritte Eigentore, oder was? Ach komm, leck mich doch Ja, dann macht jemand das dritte Eigentor Nee, jetzt kommt das Das waren schon drei Eigentore, die ich gemacht habe Bitte, hör dich mal Zeig uns mal, wie du ein Tor machst Sieben Runden, Digga Ich hab drei Eigentore gemacht Zeig uns, wie man ein Tor macht So Siehst du? Oh, entwicklisch, wir machen gar nichts Wir machen gar nichts Doch Niemand gar nichts, Alter Ihr seht, wie das funktioniert Sehr gut, Alter Easy Easy Jetzt kommt ja Jetzt kommt auch mal hoffentlich ran Komm, Piqué Mach ein Tor Easy Nice Oh, der Profi hier Sehr schön, Piqué Sehr schön Ja Sehr schön gemacht, Piqué Muss man dir mal lassen Das hast du sehr gut gemacht Komm, Rini Sehr gut, was wir können Wir haben nur Wir haben nur geschauspielert, Alter Der eine, was zum Lachen hat Jetzt sind sie abgelenkt Jetzt ficken wir alles Oh, nein Wir ficken alles jetzt Alter, hab ich gesagt Schon mal auf der Hälfte War gut War gut Strobide Ich glaube, wer da jetzt ein Eigentum macht, ne Solid, Alter Ich bin einfach voll Komplett drauf Ich glaube, ich könnte den Winkel treffen, dass er reingeht Ich glaube Ich darf das schon Na, was heißt Glaube? Was heißt Glaube? Was ist ausfällig? Ich glaube, der ist voll in unsere Tore verloren, Alter Ne, der ist auch nicht Schau dir an, was ich für ein krasses Tore gemacht habe Und dann auf einmal spawnt der Ball voll in unsere Richtung Was willst du? Ich habe vier Tore gemacht Wieso hast du den Tore jetzt? Wieso hast du den Tore jetzt? Wieso hast du den Tore jetzt? Das war mein Pixel, Alter Das war mein Pixel, Alter Das sind nicht mehr angekommen Das eine Tor war zu krass gemacht Das habe ich angerechnet bekommen Ja, das andere Tor, was du auch gesagt hast Schön gemacht Aber kriegst du halt wieder, ne? Das war kein Koffer Oh nein Was ist der an, Alter Perfekt Komm, Alter Dennis, du kannst auch mal Eigentore machen Ich glaube an dich Du musst es fühlen in deinem Kern Ich weiß noch, wann ich rieche Ihhh, bist du froh oder was? Du musst es richtig fühlen, Alter Dennis, ich habe gesagt Du sollst den Ball fühlen, Alter Und riech deinen tief Oh, fast Du hast aber schon gut gespürt Du hast es falsch gespürt Mein Tor Dankeschön, Niklas Ich hatte noch ein Pfeil Vielleicht kann ich ihm wieder ins Tor ballern Oh, Digga Profi Ja Absolut Es wird schon wieder dir angerechnet Nein Das wird dir angerechnet, das wirst du Komm Ey, das wird keiner Nein 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 Oh, Schade René René, zurück mit dir Heide Bewegt dich René René Ich kann es nicht versprechen René, mach Piqué sauer René, nein, 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 nein Fuck ist es, schieß irgendwo anders hin Er hat schon eingeloggt Oh, nein René, mach Piqué sauer Solti Digga Das wird so in unser Tor schießen Das wird so in unser Tor schießen Ja Das wird so in unser Tor schießen René, mach Piqué sauer Oh 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 Ja, was willst du Piqué, ne? Hier Gegner Tor René, schön, Alter Ich hab immer in dir beliebt, Alter Ich hab nie dran gezweifelt, dass er reingeht Danke, danke, danke Danke, danke Ich zweifle an dir auch nie Außer, dass Eigentore dann sind Nein, da zweifelst du auch nicht an mir Aber du weißt, ich hab ne Taktik geantwortet Ihr würdet doch niemals ein Tor machen Wisst ihr, was ich richtig weird finde? Was denn? Ich hab gerade das Tor geschossen und Piqué kriegst angerechnet Ey, 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 ey Kannst du den Ball, äh, nach rechts befördern? Ich hab einen Plan Ich hab bloß den Sniper Geht der Ball aber nach rechts, oder? Weiß ich nicht Ich beliebt Wenn das funktioniert, dann Ich hab nämlich gewartet, bis der Ball ankommt Und dann, Dings Wird die Explosion rein Nickers, du machst das, okay? Ich versuche es Die werden das jetzt auch verkacken Ich mach weiter im Bunker Ihr macht es, ja Ihr macht ein Eigentor Ja, ihr macht es richtig gut Ihr macht das scheiße Ach, komm, Alter Ich hab immer Ich hab ne Blume Okay Äh, schieß die Blumen weiter in deiner Richtung Weil ich glaub, der fliegt zu uns Naja Das Ding ist Niklas wird so'n guten Äh, Fußballer sein Richtig Alter, wo liegt der denn? Alter, wo zur Hölle ist der denn? Finde's gut Einfach drauf, so Oh, das könnte Egal, vielleicht geht das Äh, ich weiß jetzt selbst nicht Ich hab ne Flamme So, weg damit Ja, in unserem Bunker Ist auch besser so Tust du schießen? Äh, ich hab ne Scheißwaffe Ich treffe ihn wahrscheinlich nicht Ja, dann ich probier Ich hab kleines V Äh, probier's Oh, shit Oh Ja A A E I, O, U Bitte treff, bitte treff Das könnte geil sein Oh, shit, ja, nice, nice, nice Oh, okay Ja, rum, roll, roll Ja Brasilien Brasilien, Digga Los geht's, Team Türkei Nein, ich hab verkackt Ich hab gefettfingert Komm schon, Team Türkei Team Türkei Ich hab gefettfingert Abbrechen Ich hab doch nicht gefettfingert Drei Runden noch Ich hab doch gefettfingert Äh, wir müssen drei Tore jetzt machen Wir müssen den Grubben Weg machen Und dann ziehen sie kalt, ziehen sie kalt Ich hab nur noch ein Tor Abstand, René Alter, was verdammt Was? Was? Was waren wir drei Tore? Aus drei Toren wären wir fünf Tore Wenn es gleichs gemacht Also Ich dachte nie, dass das so gut werden würde Das ist so scheiße, Alter In solche Situation wurde das Wort Betrug erfunden Ja, Betrug Das hätte mindestens vier Tore werden können Okay, nichts, ich hab Geisterbombe, okay? Okay Oh, Eigentor Piqué, Eigentor Kein Eigentor, kein Eigentor Weg damit So hast du Eigentor kennen die nicht, Alter Na ja, guck mal, das ist das riesen Bunker Wir von uns haben Das ist das geile Bunker, was wir gemacht haben, oder? Ich hab das Kölkrab Oh, das ist ein geiler Bunker Ich hab Schnellfeuer Aber ich kann den nicht Komm, Dennis Eigentor, dann haben wir den nächsten Tor Abstand Ja Komm, Bunker Nein Oh Ja Ja Ja, Torschütze Oh, wie er im Bilderbuch steht Ein Tor René Was ist denn, Bunker? Nichts Bunker Bunker Mini Bunker Bunker Dinger Das ist der Iglo rückwärts Oh, scheiß, der ist soweit Egal, René, René macht das schon Nee Dike macht das, komm schon Okay René Das ist der Plan Du bringst ihn in die Mitte Und ich hau den ins Tor rein, okay? Okay, ich probier's Ihr hättet auch besprechen sollen, was hier für Waffen sind Du hättest mir wenigstens sagen können, dass deine Waffe 3000 Jahre braucht, um zu zünden Das stimmt Ja Was schaust du dir an? Betrug Nächstes Bunker Ein Skill von dir Sei ruhig Und? Kein Skill von dir Komm, Alter Vier Tore sind doch möglich Oh, nein Nee, weg damit Scheiße Ist geil, von vier Toren nicht möglich waren, haben wir keins geschossen GG Oh, Nika, sie sind immer so ein richtiger Ero, Mann Ja, aber es ist auch so ein Team, ey Jungs, ich hab Feuerwerk bekommen Nice Ich hab Disco-Kuchel bekommen Alter, hier bin ich auch Hier tut man schnell, er will steigen Ich weiß Ich stehe 2,2 2 Punkte, also 2x XP So, Team sind immer noch random Vielleicht kommt René in PK Vielleicht kommt René in PK jetzt nicht nur Mann, ein Team Nein Ich hoffe, dass ich jetzt mit Dennis oder Niklas ins Team komme Äh, bei mir wird es scheiße sein Ich sag's dir echt schon, PK Ja, das ist... 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 Ich sag's dir nicht, ich bin Dennis im Team Hallo Du musst zu mir rüber Warum bin ich da hinten gespawnt? Digga, was hab ich denn für Lack gesagt? Wir sind schon... Wir sind jetzt... Dennis... Ey, wir haben uns Hoffnung gemacht Digga Wir sind jetzt 2 miteinander in den Team gekommen Voll geil Jaaaa Kein Eigentuch Kein Eigentuch Kein Eigentuch Jaaa Digga Hoffnung bekommen Dass ich mit Dennis im Team bin Und wer ist dann da? Der Blaue? Niklas, ich mach'n... Oh mein Gott! Really? Digga Runde 2 Und wir liegen schon wieder... Voll hin Ey, Niklas, weißt du? Ich wollte eigentlich nen Bunker machen, aber... Okay Ja, hab' wir doch schon Hallo Niklas Ach du mal, Alter Mach' jetzt nix da Eigentuch, Junge Das war alles berechnet Ich hab' ich... War's ne Äh... René, René Was machen wir denn? Jetzt der Tor Ich denk' schon... Schau's dir an Jetzt kommt der Profi, Alter Der... Der Profi, der alles trifft So steht er im Bilderbuch Schau's dir an Das wird ein geniales Tor Vertraust du mir? Vertraue mich Ja Das wird... Ich find' das Eigentor Wer wusste nix? Oh... Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt, Alter! Das ist mein Tor gewesen! Das ist mein Tor! Wer trug das an mein Tor? Ganz eindeutig! Ja, ich mach's, ich versuch's Ich hab Schiss dafür Ich hab richtig Schiss Alle haben gesehen, wie ich das Tor geschossen hab Bis auf das Game Nein Alle haben gesehen, dass es mein Verdienst war Alle haben gesehen, dass es mein Verdienst war So, Picay, komm... Picay, komm... Picay, wir wollen's hier nicht verkacken, komm Komm Komm, tu Picay Das kann ich nicht verkacken, aber ich hab ne Scheißwaffe Aber ich kann's trotzdem nicht verkacken Kann einer daraus nen Best-Of machen? Oder... Ich kann's trotzdem verkacken Nee, ich verkack's aber nicht! Profi! Nö! Ich blick uns im Fandenbunker Lach mich nicht aus, Alter Neckes, ich hab leider... Ich hab nur Wasserballon Ja, Digga Das ist deine Blase Oh! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Yes! Nein! Nein! Yes! Nein! Yes! Ach komm, Alter, das ist wieder so ne Scheißwaffe Renni! Ja, ich probier's Ich hab nen Spalter, Alter Damit kenn ich mich ja nicht echt gut aus Das dürfte gehen Ich hab nur den Aufschütter Siehst du? Wie ich bring aus? Der Profi! Guck mal, der Bunker wird langsam zerstört wieder Wer lacht mich so knablos aus? Dass ich in die Luft ausgehe Oh ne, die Möwen Die Möwen haben Corona Das gehört alles zu meinem Plan, weil jetzt fliegt er in unser Tor rein Ja, oder ein Bunker Ich hab einen Bunker gemacht Yes! Digga! Renni? Ja? Kannst du das verkacken? Also! Nein! Mit der verkackten Mit der verkackten Aber gesehen, dass es ein Tor wird Die Berechnungen waren korrekt Oh, Digga! Digga, wir kennen ja schon wieder 3 Tollet League Und warum sind wir zweimal hintereinander bei Schicksal ins Team gekommen Nice Okay, äh, Niklas, ich hab Feuerwerk Ja, du musst machen Dennis, du musst machen Dennis, du musst machen Dennis, du musst machen Digga! Feuerwerk, wenn ihr den Finale gewonnen habt, oder was? Ah! Easy Ja! Das geht rein! Das geht rein! Das kann nicht anders sein Es wird hoch Es wird hoch Es wird hoch Wir können nicht aufs noch geschaffen Ich hab auch keinen Eindruck gemacht Und genau da hingelegt, wo der Frau auch lag Okay Okay Das kann nicht hieb gehen Yes! Das kann nicht hieb gehen Doch kein schon Für uns gibt's Disco Nein! Es gibt Disco Oh, komm Siehste, das kann nicht hieb gehen Was hast du? Was hast du? Das hat das bald gemacht, Alter Dennis, ich kann dich Du musst wieder machen Ich such den auf Euren Schlitzchen aus Und einen kleinen Speis rein, Alter Ich bin die Trug Jetzt waren sie's Digga, der befummelt sich hier mit seinen Trägen Was? Kann nicht mehr reden, Alter Das stimmt Ich bin so sprachlos, Alter Ich bin so sprachlos, Alter Digga mit Betrug Mit Montreal Paul Quacken vor den Binnen Ja Oh, oh Digga Ist das die Mount Everest oder was ist das denn so? Ääääähähähähäähühh выos Das ist so gut. Digga, Videotitel, warum DG und DG nicht spielen dürfen, alter. DG? Wir müssen dringend morgen nochmal spielen, ne? Oh ja. Ist einfach nur lustig. Aber bitte nicht mehr mit René im Team. Mein Herz fackt das nicht. Alter, ich hab nie mehr. Das ist auch nicht mehr länger. Das ist so viel für mich. Oh Mann, Alter. Dennis, ich hab ne richtig kack Waffe. Okay, ich pump's einfach nur drauf. Ich grad mal einen. Was? Das ist mein Toyota. Was? Das ist mein Toyota. Hanna Mitsubishi. Das ist Zauberspruch, da geht er rein. Was ist denn du das noch, oder was? Heiliger Ziegenmann, so sagen die du's was. Jetzt beschwör ich dich auch, Herr Rein. Nimm dir die Hürden von mir. Du drück jetzt ab, du kleiner Missgeburt. Nimm die Hürden von mir. Du drück jetzt ab, du bist so richtig. Mach zwei Tore draus. Endlich. Nichts verheilend vor den Ziegenmann. Was willst du? Das ist doch ein Tor. Zwiegermann. Oh, ich küsse deine Nuss. Easy. Heiliger Ziegenmann, danke an ihnen. Danke. Ach, der hat drin. Der hat drin. Nein. Heiliger Ziegenmann, danke an ihnen. Kaka. Jetzt sollen die Eier von René Golden sein, damit du dich dran begnügen kannst. Danke für die zwei Tore. Heiliger Ziegenmann, ich kippe auch Dennis Oden, wenn du Tore machst. Heiliger Ziegenmann, ich kippe auch Dennis Oden. Soll ich den Sturm dafür? Nee. Hey, umso witziger wird's. Und so wird's langweilig hier. Heiliger Ziegenmann, ich vertraue in dir. Ich kippe auch die Kinder lieber zu Weihnachtsfragen. Ohne zu Ostern. Ich wechselte zur Konkurrenz. Ich hab doch die Hodenkobolde schon losgeschickt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, man. Ziegenmann. Ziegenmann. Sag mir, warum ist das so geil? Ich kippe so ganz genau die Hoden von jedem Kind. Ziegenmann. Boah. Dass ich so gern ein Tor möchte. Eigentor ist mir nicht recht. Nein. Easy, easy. Ziegenmann. Ich hab's gewusst. Ich zeichne für dich und dann geht's. Ich hab Goldeneier einfach. Boah, und noch Disco hinterher. Bumka. Piqué, wenn du das jetzt versaust, dann weiß ich nicht. Ich hab's jetzt schon versaut. Ich hab keine Waffe, die den Ball bewegt. No. Ach, komm, Alter. Ja, ich hab auch nix. Heiliger Ziegenmann. Ich hab schon was, aber das fliegt zu kurz. Ich hab gesehen, dir liegen die Nüsse von Nanny sehr gut. Deswegen hast du uns zwei Tore beschert. Du mögst ja von Niklas Magen so nicht so. Ich möge meinen Hoden nicht, sag ich mal so. Diesen Haarich. Boah. Der Dinger findet er besser. Der wird sich dann voll weg in deiner Freizeit. Macht ja voll ein Halsband draus. Was? Wenn du tot bist, dann kriegst du ein Halsband mit deiner eigenen Hoden, Alter. Das ist das, was jetzt wird, ja. Heiliger Ziegenmann. Mit meiner heiligen Taktik soll er ein Tor rein. Ziegenmann, man kann sich nicht auf René verlassen. Man wird nicht auf dich gelassen, Digga. Also, Ziegenmann, bitte klau nicht nur seine Hoden. Fahr seine ganzen A-Schaare mit. Ja, gerne. Dann wäsch ich dir auch mal los. Und diese Haarschaare solltest du in seiner Milch morgen rein tun. Was? Die soll er schön verschweizen als Karma. Boah, ey, Alter, ey. Schäme dich. Dann hast du dich anders verdient, Alter. Du hast gerade ein Eigentor gemacht. Nee, ich hab dich nicht. Und du hast das Eigentor gemacht. Dann kriegst du doch noch nicht mal den Ball hoch. Also, schau mal. Ich hab den Ziegenmann heraufgesprungen. Ich hab all mein Mana benutzt, um vier Tore rauszuholen. Und was hast du geleistet? Ja, ich hab'n geschossen. Ja, Ziegenmann. Ja, guck mal, was ich hier mache, Alter. Die Arschhaare, dir wohl sehr gefallen. Drei Runden noch. Ja, jetzt musst du aber deine Arschhaare noch opfern. Ziegenmann. Niklas war noch nicht dran. Und mit diesem Reim schäme ich mich für keinen Keim. So nehm ich seine Hoden und zerdrücke sie zu Boden. Und gib uns dann ein Tor. Nee, nicht nur eins, zwei. Und putt er in den Tor. Der Reim war gut, hab ich gehört. Oh, Mann. Ziegenmann, ich hab' gesungen. Ich hab'n Reim rausgehauen. Ich hab'n Schwebe. Ich hab' dir sogar den Arschhaare gegeben. Stress. Stress. Ich weiß nicht, was soll ich dir noch mehr bieten, um uns aus dieser Situation zu retten? Bunker. Ey, Bunker, ist so unfair. Alla. Alla. Alla für Türkei. Komm schon, Ander für Türkei. Nix damit für Türkei. Für Deutschland. Nee, ich weiß das. Ziegenmann, ich stell dir jetzt ne wichtige Frage. Hatten alle auch Hoden? Wenn ja, dann soll ja auch du die haben. Gib uns dieses Tor. Ziegenmann! Ziegenmann, du hast uns sechs Tore beschwert. Alter, er hat die Gebete halt einfach drauf. Er höre auch dies. Es sind noch zwei Runden. Und es fehlen noch drei Tore. Es ist möglich. Heiliger Ziegenmann. Musst du euch nicht schon drauf rennen, oder schaffst du noch eine Runde? Lustiger. Und meine Hoden. Nee, ich muss dann drauf rennen. Und meine Hoden als Heiligen scheinen. Wenn du haben willst, mit Heiligen scheinen, beschere uns diese drei Tore, sonst ich dir nix gebe. Lass ihn leider. Ich weiß genau, du willst diese Hoden haben. Ich weiß genau. Das ist der Ort. Diese drei Tore. Alla, gib uns Kraft. 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 Er bildet zu Alla, das kann nicht gut gehen. Wenn Tiegenmann ist stärker. Alla, gib uns Kraft. Ziegenmann ist stärker. Alla, gib uns Kraft. Alla, gib uns Kraft. Du hast uns doch glücklich gegeben. Deine letzte Runde. Du zielst zum Spawn drüber. Letzte Runde, Dennis. Ziel du da, wo das Spawn ist. Ja. Ziegenmann. 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 Haben wir gewonnen? Unentschieden. Nein, aber Gleichstand. Gleichstand. Ziegenmann. Oh Gott, die Mutter hast du reingeschwört. Jetzt ging der Stress, Alter. Jetzt ging der Stress. Ich vergnüge dich an diesen Hohen. Weil ich wieder zu laut war. Alter, ich muss erst mal Pause machen. Ich kann nicht. Ja? Pause machen, Alter. Mir bringt er auch Ärger. Nee, ich hab keinen Ärger, Digga. Mein Kopf tut schon weh, wegen dieser ganze Gelache. Dann werden wir schon erst mal in den Livestreams müssen. Tschüss.